Ja, hallo euch alle da draußen. Es ist jetzt soweit, ich sage Tschüss. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es dann auf einmal so schnell passiert, weil ich hier eine neue Heimat gefunden habe. Ihr wisst alle, ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren bei diesem geilen Verein. Wir haben sehr viele Sachen miteinander erlebt, sehr viele Sachen aber auch aufgebaut, siehe den Aufstieg letztes Jahr, was natürlich in meiner Karriere auch ein absolutes Highlight war. Nicht zu vergessen, den Nicht-Abstieg waren alles besondere Momente. Ich gehe auf jeden Fall mit einem großen weinen Auge, weil ich sehr viele tolle Menschen kennengelernt habe und einfach richtig geile Momente hier hatte. Deswegen möchte ich einfach Danke sagen, Danke an euch. Danke für die geile Stimmung, die wir unter normalen Voraussetzungen hatten. Ich hoffe, wir sehen uns alle mal wieder. Drücke euch ganz fest von hier. Ich hoffe, dass ihr alle schöne Weihnachten erlebt, dass wir alle gemeinsam zusammenhalten und dann werdet ihr mit Arminia hoffentlich noch viele geile Momente erleben. Ich dann in Braunschweig, meine neue Aufgabe, auf die ich mich natürlich auch freue. Trotzdem wäre ich gerne länger hier geblieben, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen. Macht's gut, euer Brian. Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen.